in der Maschinen Akkatschnein Prozent ob Möchel natürlich und dann hier auch wenn wir ein Baby haben was wir mitnehmen geben wir einfach hier rein hier ist der Wickel-Tisch und hier ist ein Regal ich habe hier jetzt mal ein Regal zum Beispiel und dass die alten Sachen werden wir hier drauf